Aber bis heute gibt es keinen Beweis für außerirdisches Leben. Bis heute. Aber das werden wir ändern. Heute werden wir sie suchen. Äh, du meinst, du hast einen Beweis dafür gefunden? Na, noch nicht. Aber ich hab da mal was vorbereitet. Ob die Aliens wohl grün sind oder lila? Wie viele Augen haben sie? Sind sie schleimig oder können sie Gedanken lesen? Was essen die und wie gehen sie aufs Klo? Musel! Ganz ruhig, okay? Sag mal, was kann denn dein Apparat überhaupt? Na, nach Außerirdischen suchen. Das hab ich doch gerade erklärt. Schalt mal ein. Da? Ja, klar, da. Oh, und wie soll das jetzt gehen? Mein Apparat spürt die Aliens auf. Dann leitet er sie hierher zu uns und wir heißen sie herzlich willkommen. Und zwar so. Ich meine, wie funktioniert dein Apparat? Na, mit einer Antenne. Och, nein. Ich will wissen, wie... Ach, was soll's. Nicht nur Wuse, sondern auch andere Forscher suchen nach Außerirdischen. Und das schon seit 1967. Hallo, Erdbewohner. Was ist das? Was tut das? Vielen Dank.